Tja, Mann, 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 wenn ich nicht in der Sendung gewesen wäre, hätte ich wohl davon nicht so viel abbekommen. Wir hatten heute die Leute von Rawlution da und obligatorische Frage, wie hat es euch hier gefallen? Ja, also hat super viel Spaß gemacht, kann man wirklich nur sagen. Also es war aufregend, auch mal im Fernsehen seine Erfahrung und einem allen hat es Spaß gemacht. Und dir? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja, bevor ich in die Sendung gekommen bin, auch einige Sendungen vorher angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Andrea wahnsinnig gern als Moderatorin, die macht echt einen tollen Job. Und auch die Gäste, die er einlädt, finde ich, das sind alles interessante Themen zum Thema leichter leben, gesünder leben, besser leben. Und es ist immer interessant, es ist eine tolle Talkshow, finde ich. Und dir wahnsinnig gerne hergekommen, kommen auch gerne wieder, wenn wir dürfen. Apropos interessante Fragen, jetzt habe ich ja auch noch meine Fragen, und zwar die Geschmacksrichtungen, woher kommen die? Arbeitet ihr mit jemandem zusammen? Macht ihr das? Also tatsächlich haben wir das alles in Eigenregie kreiert. Also ich habe mich tatsächlich herangesetzt und selbst die meisten Säfte selber sozusagen zusammen gemixt. Und dann haben wir uns dann natürlich nochmal mit einer Ökotrophologin abgestimmt. Wir haben auch am Anfang es so ein bisschen so gemacht, dass wir... Kostatorisches Talent, ja. Dass wir sozusagen so Penits gemacht haben. Also ich hatte dann Säfte, die haben wir dann in Agenturen zum Beispiel, in Werbeagenturen den ganzen Mädels gegeben. Die mussten dann alle einen Fragebogen ausfüllen, was ihnen schmeckt und was nicht schmeckt oder was besser sein konnte. Und so haben wir es dann optimiert und dann hat das knapp, würde ich sagen, so sechs Monate gedauert, tatsächlich alle sechs Säfte so fertig zu machen, dass wirklich jeder Saft einfach durch und durch rund ist. Das ist ja auch das Schwierige. Weil, dass die Zutaten alle zusammen einen Geschmack eigentlich ergeben. Und das haben wir echt toll geschafft und die schmecken großartig. Das stimmt. Geschmacklich 1A. Wie sieht es aus mit den Namen? Also ich meine, gut, also Green Love, nee, Good Vibes, Green Love hatten wir. Green Love erschließt sich einem. Grüner Smoothie, Green Love, aber... Na gut, Berry Babe ist... Berry Babe. Vorführeffekt, genau. Aber Master Cleans, warum? Der Master Cleans ganz einfach, weil der Master Cleans ist der Master Cleans. Also der Master Cleans ist ein ganz, ganz bekanntes Rezept aus den 40er Jahren. Das ist zum Entschlacken, Entgiften, so ein Hausrezept eigentlich. Und das haben wir hier in dem Saft umgesetzt. Also das Originalrezept beim Master Cleans ist, anstatt Agavendicksaft nimmst du Ahornsirup. Ja. Beim Originalhausrezept. Als jemand, der mal in Kanada gelebt hat, kann ich das mit dem Ahornsirup natürlich sehr gut verstehen. Aber der Ahornsirup ist halt extremst, deswegen, du kennst den Ahornsirup, ist extremst geschmacklich sehr stark. Und der Agavendicksaft ist deutlich geschmacksneutraler und deswegen haben wir hier halt dann statt einen Ahornsirup Agavendicksaft genommen. Aber letztendlich, die Namen haben wir uns mit Freunden ausgedacht, in lustiger Runde. Da haben wir jetzt auch den grünen Love. Jetzt habe ich so lange gesucht, wenn wir sagen, naja, gut. Gut, also schön, dass ihr da wart, wirklich vielen Dank auch nochmal für das kleine Video jetzt hier im Anschluss. Und wir haben es ja schon gehört, vielleicht dürfen wir euch bald wieder in der Sendung begrüßen mit neuen Produkten und mal schauen, was das da gibt. Vielen Dank, dass wir da sind. Dankeschön an euch. Ciao. Ciao.